So, da sind wir wieder, in dem Haus von fremden Menschen. Und da ist wohl sowas wie ein Anrufbeantworter am Piepsen. Wollen wir mal reinhören? We're still in Savannah. Ed had a little incident with some crazy guy near the hotel, so we had to get him back to the ER and have it checked out. Anyway, he's not feeling well enough to drive back tonight, so we're staying an extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before your spring break. Message 2, left at 11.19pm. Oh my god, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murrieta. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3, left at 6.51am. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 911. We love you. 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 Daddy? Huh? Hello? You need to be quiet. Are you okay? I'm okay. They tried to get me. But I'm hiding until my parents come home. What's your name? I'm Clementine. This is my house. Hi, Clementine. I'm Lee. Where are your parents? They took a trip and left me with Sandra. They're in Savannah, I think. Where the boats are? Where are you? I'm outside in my tree house. They can't get in. That's smart. I'm in my room. I'm in my room. I'm in my room. And now that's on the button spashing. Ja, so ein Held. Man! Hi there. Did you kill it? I don't know. I think so. Sometimes they come back. Have you killed one? No, but they get shot a lot. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. I think that might be a little while, you know? Oh. Look, I don't know what happened, but I'll look after you until then. What should we do now? We need to find help before it gets dark. Yeah, it's not safe at night. Let's go. Stay close to me. Bye. 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 Hm, also ich an seiner Stelle hätte ja hier dieses Ding wird genommen oder irgendwas, womit man sich verteidigen kann, aber da scheinen Menschen zu sein. Oh, es ist ein Nachtisch. Was ist das Problem? Ich muss mich bleiben? Was? Ich will nicht in der Trehehaus in der Nacht, aber ich weiß nicht, ob ich mich verlassen sollte. Was, wenn meine Eltern nach Hause kommen? Ich werde dich nicht verlassen. Ja, wir gehen irgendwo in der Sicherheit, die nahe, okay? Das ist eine gute Idee. Hey, Mann! Holy shit! Don't eat us! Wir werden dich nicht verletzen. Ja, ich dachte für einen Moment, dass du und der kleine Einzelne, wir beide geben uns den Chomp. Wir brauchen Hilfe. Ja, du willst rauskommen? Ja, du solltest. Ja, du solltest. Diese Dinge sind überall auf dem ganzen Ort. Ich habe nicht gesehen, was das Gnarly als dieses Gnäberhaus seit dem Downtown Atlanta, 15 Meter zurück. Ich bin Sean. Sean Green. Lee. Das ist Clementine. Ich bin Chet. Ich bin... Ich bin... Was willst du machen? Ich... Die Monster kommen! Wir müssen gehen! Leer, schnell! Los geht's! Für nur ein paar Leute? Es scheint, du hast heute ein paar Leben gerettet. Ich bin sehr sicher, wenn man in der Nacht geht, dass wir den Dicken verlieren. Also der, der hinten auf der Plane sitzt. Auf der Ablage, wie auch immer. Deshalb ist es besser, bei Tag zu gehen. Also der hat zwar keine weitere Story-Relevanz, aber... ...ist ich schon vorteilhaft. Hey, Shawn. Ich werde nach Hause gehen. Meine Mutter wird in der Schnitt sein. Keine Worte, Mann. Ich werde dich morgen Abend treffen. Es war schön, dass du beide kennenzulernen hast. Danke Gott, du bist okay. Ich dachte, es wäre schlecht hier, auch. Es war schön, wie immer, die letzten paar Tage. Ein Brecken nach dem Weg denkt, dass seine Mare lebt. Aber das ist nichts anderes. Ich würde es nicht zurückkommen, ohne Chet. Na, ich bin glücklich, dass du ihn mit dir genommen hast. Du hast ein paar Gäste. Dein Junge ist ein Leben. Ich bin glücklich, dass er eine Hilfe für jemanden ist. Es ist nur du und deine Frau, dann? Oh, nicht seine Frau. Er ist... Er ist... Er ist... Er ist ein Mann, der sie allein gefunden hat. Hör, du kennst diesen Mann? Ja. Okay, dann. Well... Sieht sich, dass du dein Legger ziemlich schlecht hast. Ja... Es ist nicht so gut. Ich kann dir helfen. Shawn, geh mal in und check auf deine Frau. Du. Seid auf der Barsch und ich will, was ich habe. Sieh sind. Das ist ganz schön. Sieht sich gut aus. Sieht sich gut aus. Sieht sich gut aus. Sieht sich gut aus. Ihr name was it's Lee nice to meet you Lee I'm Herschel green how'd this happen car accident that so where are you headed before the car accident just out for a drive we hit a guy one of those things you've been hearing about on the road who are you with the girl I was with a police officer he was giving me a ride awful nice of him I'm an awful nice guy house is full up with mine we got another displaced family of three sleeping in the barn you and your daughter are welcome to rest there we're done here I didn't get your name darling Clementine can't imagine what you've been through Clementine I'm looking after until we find our parents hey dad so I'm thinking first thing tomorrow we got to reinforce the fence around the farm that doesn't seem necessary I don't know what you saw on TV or heard on the radio but there's some serious shit hitting the fan I don't think anyone knows how big it is yet your son's right you're gonna want to fortify this place stuff like that doesn't happen around here Sean dad I'm serious Lee come on tell him what you saw out there man I got chased by a couple of dead people well do what you think you should we got plenty of chores as it is lean those folks in the barn can help out in the morning we got to do it really I already said okay well I'm all done here it should start to feel better tomorrow thanks if your leg gets hot or the swelling doesn't go down you're probably dealing with an infection what do we do then we'll probably just have to shoot you we'll clean it redress it and you'll be fine okay that'd be preferable there's blankets and such in the barn we'll be seeing you bright and early come tomorrow which way you think you're headed towards making I suppose all right it smells like manure manure like when a horse plops just like I miss my mom and dad I bet Clem how far is Savannah pretty far oh okay I love you I love you I love you